Es gab den Wunsch, mal über Vergaser und Einspritzanlagen ein bisschen zu philosophieren. Wenn ich jetzt so vorhätte, einmal um die Welt, ich würde wohl dazu tendieren, Vergaser-Moped zu fahren. Warum fährst du Motorrad? Was macht das mit dir? Ich komme jetzt nicht mit dem, ah, Freiheit, allah, B, Blödsinn. Ich wollte ihn gerade. Ich hasse es, in so einer Rüstung Moped zu fahren, ja, weil ich habe Moped-Fahren angefangen, weil auch das eben, dieses Wilde, dieses Bäh. Ich bin kein Garten- und kein Blumenfreund, aber wenn ich mit dem Motorrad an irgendeinem Mohnfeld vorbeifahre, plötzlich ist das, wow, guck mal, wie schön das aussieht. Ansonsten geht mir das am Arsch vorbei jetzt. Schönen guten Tag zusammen. Wir sind hier gerade noch etwas over-gerusht, ob unsere neuen Tonanlage. Also unsere Jungs hinter der Kamera, die haben sich ein neues Mischpult gekauft, was in den wildesten Farben leuchtet und auch diverse Defekte. Defekte geht schon los. Mach mal. Defekte einspielen kann. Ja, und auch natürlich Toneffekte, wie man sie grundsätzlich erstmal braucht. Neues geht, all solche Geschichten. Und das Ding sieht einfach cool aus. Es klingt aber irgendwie auf dem Kopfhörer anders als sonst. Kann sein. Es klingt so trocken, so gedämpft. Du redest immer so. Echt? Ja. Deine folgte Aussprache habe ich auch nicht. Aber vielleicht hörst du dich zum ersten Mal jetzt wirklich richtig im Originalton. Ja, das ist ja beruhigend. Also, wir haben uns hier gegenseitig schon irgendwelche erotischen Komplimente zugeschmissen. Das ist toll. Ja. Zum Thema Motorrad. Ach so. Ich glaube, wir haben Folge 29. Ist das richtig? Ich glaube ja, 28 war jetzt der letzte. Ich sehe ein taghaftes Zügel. Ja, 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 ja. Und wenn nicht, dann wird es uns jemand schon sagen. Es gab den, den den Wunsch, mal über Vergaser und Einspritzanlagen ein bisschen zu philosophieren. Ja, können wir machen. Richtig. Ich bin gespannt, was dabei rauskommt. Ich auch. Und ich habe vor allem, glaube ich, eine ganze Menge Fragen an dich. Oh. Oh ja. Ich hoffe, ich kann sie beantworten. Werden wir dann sehen. Wir sind ein bisschen allgemeiner Natur. Was sprechen wir darüber? Ja, also Vergaser ist ja die aussterbende Rasse. Ist aber Vergaser ja nicht gleich Vergaser. Gibt ja Bauarten, reichlich verschiedene. Was heißt reichlich? Eigentlich gebräuchlich sind zwei bis drei. Und Einspritzanlagen ist natürlich eine Nummer, die durch die Lampardasonde, sprich Abgasüberwachung, zwingend notwendig wurde. Und ich wüsste nicht, dass irgendein Motorrad, juristisch korrekt, heute noch irgendwo mit Vergasern läuft. Ist mir auch nicht über den Weg gelaufen. Weil die Abgasnormen sind, mit so einem Standardvergaser einfach nicht zu machen. Gut. Aber dann schieß doch mit deinen Fragen los. Erstmal so ganz allgemein finde ich so einen Vergaser. Und ich hatte auch Motorräder mit Vergaser. Ein ziemlich beeindruckendes Bauteil. Also von seiner Komplexität denke ich mir, oder das begegnet mir ab und an mal bei irgendwelcher komplexen Technik, wo ich sage, wer ist denn eigentlich da drauf gekommen? Also wie dieses Ding dann entsprechend auch funktioniert mit Seilzug hier, mit Schwimmerkammer und Schwimmer und Benzin und Düsennadel. Und ich denke mir immer, wer hat sich das ausgedacht, dass das Ding so funktioniert? Das war Herr Vergaser. Ja genau, Herbert hieß er. Nein, aber das beeindruckt mich. Ich hatte zwei Motorräder, ich hatte ja nicht so viele in meinem Leben, Motorräder. Die Karre war ZRX eben, die 1100er und die KLE. Da war es ja dann so, da hast du ja auch schon mehrfach darüber gesprochen, oder auch wir hier, wenn es ums Winter fahren oder einbotten geht, Schwimmerkammer leeren, also dass dann entsprechend das Benzin raus ist, damit da nichts passiert und die Karre im Frühjahr dann auch wieder anständig startet. Und so weiter und so fort. Ich hatte den Riesenvorteil, dass diese ganze Theorie, was während einer langen Standzeit passieren kann mit einem Vergaser, bei mir Gott sei Dank nie eintrat. Das heißt, ich hatte nie ein Problem, auch im Frühjahr mit einem Vergasermotor wieder zu starten. Und das ist auch gut so. Ohne, dass du jetzt irgendwas gemacht hast. Ich glaube, das höchste der Gefühle war, tatsächlich so einen Spritzzusatz reinzupacken, vor der Einmottung. Das ist schon viel wert. Das ist schon viel wert und das war es aber auch. Und das hat mich immer sehr, sehr gefreut. Das größere Problem gab es eher bei der Mini-Cross aus irgendeiner chinesischen Produktion, die ich mal für meinen Sohn gekauft habe. So ein 50-Cubik-Ding oder sowas. Da musste ich diesen Vergaser verdammt nochmal sehr, sehr häufig zerlegen, weil er verschmutzt war, weil er verölt war tatsächlich. Und eben auch so ein Zweitaktor. Was aber natürlich auch dazu führte, sich so ein bisschen als Autodidakt dann auch überhaupt die Funktionsweise eines Vergasers beizubringen. Das war ganz cool. Lass dich da nicht unbedingt täuschen. Was bei diesen China-Krachern, egal ob das jetzt so ein kleines Cross-Moped ist oder eine Kettensäge oder Motorsense oder so. Was da als Vergaser funktioniert, das sind halt so Sachen wie auch Rasenmäher. Das ist deutlich, deutlich einfacher. Da ist nicht viel dran, weil Rasenmäher hat seine Standard-Drehzahl. So 3000, was weiß ich. Und damit soll er einfach nur durch die Gegend pöttern. Der kennt keinen roten Drehzahlbereich und was weiß ich. Das ist bei der Mini-Cross genau das Gleiche. Dem Grunde nach, genau. Aber um das Verständnis mal zu haben, was eben so eine Schwimmerkammer ist, dass da ein Schwimmer drin ist und wo das Benzin dann da durchfließt, das hat schon mal immer so ein kleines bisschen geholfen. Und das Ding konnte ich irgendwann, glaube ich, auch im Schlaf zerlegen. Also so wie damals die P8 irgendwie bei der Bundeswehr. Das ist das gleiche Spiel. Fand ich immer hochinteressant. Aber wirklich, dass jemand da drauf kommt, dann eben damit auch einen Vierzylindermotor oder sowas zu betreiben, mit dieser ganzen Vergaserbank und was hier und da abgestimmt werden muss. Und genau darum geht es mir dann eben auch. Ich weiß ja, dass wir auch Düsennadeln und sowas, glaube ich, bei Louis logischerweise verkaufen. Und was es da alles eben gibt. Wir haben Dichtsätze für Vergaser natürlich auch, weil hier irgendwann auch mal verrotten und dementsprechend ausgetauscht werden müssen. Gibt es denn irgendwie eine Ansage, dass man sagen kann, wenn ich noch ein Vergasermotorrad habe, solange es kein Problem gibt, rühre ich die Dinger gar nicht an, also die Vergaser, oder sollte ich vielleicht dann doch mal sagen, pass mal auf, bevor irgendwie größere Probleme auftreten, sollte ich mir das Ding dann mal zu Gemüte führen. Ich höre dann auch immer was von Ultraschallreinigung und so weiter und so fort. Was gibt es da alles und wann sollte ich das tun? Also solange ein Vergaser gut funktioniert, das heißt also, dass das Motorrad auch vernünftig läuft. Also wenn du dich unter 3000 an der Kette zuppelt, weil sie zu mager läuft oder was weiß ich. Oder wenn du die Kerzen rausdrehst, sind die völlig verrustet oder so, dann läuft sie zu fett. Oder du fährst halt nur in der Stadt und brennst sie nicht frei, die kommen nicht auf Temperaturen, dann bist du selbst schuld. Solange ein Vergaser funktioniert, Finger weg. Lass ihn. Gott sei Dank. Lass ihn. Ja, okay. Bei hohen Kilometerleistung. Da fängt dann auch beim Vergaser mal Verschleiß an. Und da haben wir halt dann die typischen Verschleißteile, auch für viele Modelle. Und auch wenn es das Motorrad nicht mehr gibt, die meisten, gerade die Japaner, die sind entweder mit Mikuni oder Kaihin-Vergasern ausgestattet. Und da gibt es auch noch heute für viele Uralt-Modelle noch Teile. Okay. Das ist jetzt nicht so das große Sorgenkind. Gut. Ansonsten, was mir zu dieser ganzen Nummer mit den Vergasern noch einfällt, ist natürlich, dass ich einen Choke habe. Also für den Kaltstart logischerweise. Da weiß ich, dass sich auch Leute, Fahrer, Fahrerinnen, manchmal ein bisschen schwer tun damit. Also das hat mich zum Beispiel nie gestört. Das hat für mich immer wunderbar funktioniert. Ich glaube, das größte Problem bei der Nummer ist immer, dass man irgendwann vergisst, den Choke wieder rauszunehmen und die Karre die ganze Zeit dann eben überfettet, weil sie mit zu viel Benzin entsprechend läuft. Richtig? Also das Kraftstoff-Luft-Gemisch hat dann zu viel Benzin. Aber eigentlich bemerkt man, dass das nicht vernünftig läuft. Also ich habe schon einige gesehen, wo du dann schon ein paar Kilometer mit denen unterwegs warst und dann musstest du sagen, du pass mal auf, hier kannst du übrigens wieder einklappen. Aber gut, meine Güte, ich habe es auch schon erlebt, dass Leute sagen, also hier auch mit Schoke, meine Karre springt nicht an. Und ja, was war? Die haben nur den Baudenzug hin und her geschoben. War unten ausgehängt dann? Nö, der war einfach fest. Ach so. Festgegammelt. Und haben dann praktisch nur das Spiel vom Baudenzug gehabt. Und jetzt ist der Schoke an. Gibt es auch. Also das ist tatsächlich bei meiner ZRX der einzige Verschleiß gewesen, dass dieser Baudenzug für den Schoke mal gerissen ist. Und dann habe ich den ersetzt und dann war wieder alles gut. Also das war okay. Und genau, ich kenne es halt von Maschinen, die den dann unten direkt am Vergaser haben. So ein kleines Hebelchen. Also das heißt, du musst einmal unter die Sitzbank langen und ich hatte es halt ganz bequem dann bei der ZRX-O beim Lenker. Das ist beides okay. Das eine ist natürlich am Lenker, ist bequemer. Aber wenn du eine Karre eine Zeit lang hast, dann greifst du auch nicht aus Versehen an die Krümmer. Ja, genau, genau, genau. Nee, das ist alles cool. Nein, aber am Ende kann ich sagen, dass bei dieser, ich nenne es jetzt mal alten Technik, da ein Motorrad mit Kraftstoff-Luft-Gemisch zu versorgen, ich hatte nie ein Problem damit. Ich hatte diverse Mopads, die relativ schnell beleidigt sind, wenn sie zu lange stehen, ohne dass man die Schwimmerkern leerlaufen lässt. Gerade meine Hawk, da reichen schon Wochen. Okay. Und dann ist sie schon beleidigt. Und was passiert da? Ich spreche nicht an. Und was passiert, damit sie nicht anspringt? Also was passiert im Vergaser, dass die dann muckt? Die ist da sehr empfindlich. Und was ja in der Schwimmerkammer passiert, wenn Sprit drin ist und die Zeit vergeht, verdunstet auch alles von diesem Sprit, was verdunsten kann. Und das, was nicht verdunsten kann, das macht dir so eine Art Patex in der Schwimmerkammer. Und da oben steht nicht nur da, sondern auch in den Düsen. Okay. Also verklebt die dann tatsächlich und ist auch nicht mehr so geil zündfähig. Ja, weil es verharzt. Ja, okay. Das sind dann Fälle, da ist Ultraschallbad angesagt. Und manchmal reicht noch nicht mal das. Und dieses Ultraschallbad macht nichts anderes, als diese Verschmutzung aufzusprengen dann wahrscheinlich, oder? Ja. Okay. Klappt aber auch nicht immer bei allen Vergasern. Es gibt welche, die haben so viele Überstromkanäle noch drin und hier noch einen Weg für extra und haste, nicht? Wenn die richtig dicht geguckt sind, auf Deutsch gesagt, dann klappt das oftmals im ersten Anlauf nicht. Und ich habe auch Leute gesehen, die mir den Vergaser weggeschmissen. Okay. Weil die einfach nicht mehr hinzukriegen war. Okay. Wieder was gelernt. Dann auch noch eine Frage von mir. Kann mich dunkel erinnern, dass wir dann eben auch andere Düsennadeln eben haben. Also, dass man sozusagen ein Vergaser-Tuning vornehmen kann. Was bringt das und was mache ich da genau? Das sind die Jet-Kits. Ja, genau. Dino-Jet. Genau, richtig. Jetzt komme ich wieder auf den Namen. Ja, im Normalfall sind die Düsennadeln einfach nur konisch. Und es gibt Motoren, kann ich wieder meine Hawk als Beispiel nehmen, die waren serienmäßig so mager bedüst und eingestellt, dass sie zwar die Erbgasnorm, oder wenn es die überhaupt schon gab, ja doch, weil das war ein USA-Modell, damit sie das schaffen, aber eben so mager, dass unter 3.000 die Karie kein Gas angenommen hat. Okay. Was total nervig ist. Immer nur so Hacker, Hacker, Hacker. So, und da gibt es ein, oder gab es, wird es wahrscheinlich nicht mehr geben, ein Jet-Kit von Dino-Jet. Da waren verschiedene Bedüsungsgrößen dabei und eben auch eine nicht einfach nur konisch geformte Düsennadeln. Und die sah halt anders aus. Und die hatten sich was dabei gedacht. Also, wenn das Ding jetzt nach oben geht, passiert es nicht in einer linearen Folge, dass mehr Sprit kommt, so ungefähr, sondern das haben sie abgeändert. Und wirklich, ich habe wirklich den, die sagen mir dann in der Bedienungsanleitung, wie sie empfehlen die und die Düsengöße, habe ich dann gemacht. Und Nadel so und so hoch hängen. Man hat da drei bis fünf Kerben immer. Aber die Nadel sitzt ja, wo genau? Also die ist von der Schwimmerkammer hoch in diesen Ansaugtrakt, richtig? Geht durch den Ansaugtrakt, hängt aber im Schieber. Ah, okay. Also wird von oben in den Schieber reingestellt. Und das, was da empfohlen wurde, das habe ich auch erst mal so gemacht, habe gedacht, dann hast du so eine Hausnummer. Nö, alles prima. Die Karre ab sofort, Abstand, kannst du losfahren. Verbrauch hat sich auch nicht merklich verändert. Vielleicht 0,3 auf 100 Kilometer mehr. Aber dafür lief es ja auch anständig. Okay, also kann man da an der Stelle auf jeden Fall, erst das Fahrverhalten so ein bisschen verändern. Gerade wenn man so einen Problemfall hat. Ich weiß, dass wir dir heute noch ein Sortiment haben. Also das bringt dann ja auch was. Sehr schön. Gut. Ja. Wie gesagt, ich hatte nie ein Problem damit und finde die Dinger, es funktioniert, aber tatsächlich ist es natürlich eine aussterbende Geschichte bei den modernen Maschinen, gar keine Frage. Und nichtsdestotrotz, wenn wir ja auch davon sprechen, dass auch immer mehr Oldtimer, in Anführungszeichen, immer noch in irgendwelchen Garagen da draußen stehen, ist das auch etwas, was immer noch Verwendung findet, wofür wir noch Ersatzteile brauchen. Gut, und wir haben immer noch den Rennsport. Und da bin ich dann jetzt mal bei den verschiedenen Vergaserbauarten. Den Drehschieber lassen wir mal außen vor. Den haben nur ganz wenige Hersteller, wie zum Beispiel Maiko, den es auch schon länger nicht mehr gibt, mal verwendet. Wir haben entweder einen Gleichdruckvergaser oder einen Schiebervergaser. Also Schieber, da wird der, kann ich das jetzt so sagen, der Durchlass, der Querschnitt größer, richtig? Ja. Du hast ja den, du überlegst dir einfach, vom Luftfilter kommt, hast du ja, deine Röhre in Richtung Zylinderkopf, wo dann auch nachher die Verbrennung stattfinden soll. So. Und das kommt jetzt ja vom Luftfilter, aber jetzt muss ja irgendwo noch die Tankstelle her. Richtig. Also die das Benzin dort zugast. Ja, die können ja nicht einfach einen Schnaps lassen wir mal rein oder sowas. Und das gibt es auf zwei grundsätzlich verschiedene Arten und Weisen, wie das gemacht wird. Einmal beim Gleichdruckvergaser, das sind fast alle heutzutage, oder alle Viertakter, da hast du zum einen eine Drosselklappe und wenn du deinen Gasgriff bewegst, wenn du mal einen Luftfilter an hattest oder so was, oder auch mal Vergaser ausgebaut und dir die Mechanik mal angeguckt hast, so, mit dem Gasgriff öffnest du dann nur die Drosselklappen. Das hat in diesem Moment noch nichts mit dem zu tun, wie viel Gas du tatsächlich gibst, also Spritmenge dazu gibst. Denn im Grunde genommen ist unser Motor ja, wenn er anspringt, sowas wie in Richtung Luftfilter, sowas wie eine Unterdruckpumpe. Er saugt an. Er saugt an, genau. Und dieses Ansaugen, dieser Unterdruck entsteht, der bei einem Gleichdruckvergaser, dieser Unterdruck wird dafür genutzt, den Schieber hochzuziehen. Und je höher der Unterdruck ist, also Drehzahl, umso höher geht der Schieber. Was? Aber, sonst wird es ja gleich Vollgas laufen, durch die Drosselklappe, also das Scheuntor. Das ist immer noch gescheuert. Das ist immer geschlossen, sozusagen. Ja, also fast. Ja, ja, natürlich. Das ist ein ganz kleiner Spalt, nur so wird es ja rausgehen. Ja. Und wenn du jetzt Gas gibst, dann öffnest du nur das Scheuntor. Und der Unterdruck ist ja schon mal da. Jetzt wird es einfacher. Also passiert da was und der Schieber geht höher, je nachdem, wie weit du das Scheuntor öffnest. Also es zieht mehr durch, weil ich die Scheune vorne öffne. Genau so ist es. Nachteil bei den Dingen ist sowieso rein physikalisch. Es ist ja kein Scheuntor, sondern ein Klapptor. Ja. Was in der Mitte angeschlagen ist. Du hast also immer, auch bei voll geöffneter Klappe, hast du immer noch die ganze Mimik von dem Ding. Also die muss auch irgendwo befestigt sein. Richtig. Ja, und das hast du bei einem reinen Schiebervergaser nicht, weil da gibt es diese Klappe. Jetzt habe ich es verstanden. Alles klar. Und so ein reiner Schiebervergaser, da geht der Gaszug wirklich zum Schieber und dann ziehst du den Schieber. Da bist du noch Herr der Lage. Also wurde bei diesem Gleichdruckvergaser dem Ganzen noch etwas vorgebaut, nämlich genau dieses Scheunentor. Das Bild gefällt mir, genau. Die Trosselklappen. Und wenn es das nicht gibt, wie du gerade sagst, dann bedient der Gasgriff direkt den Schieber und zieht den dann entsprechend hoch, wenn ich da am Gas reiße. Richtig. Und da sind wir auch wieder in so Richtung Rennsport oder Supermoto. Da läuft einem immer wieder das Stichwort Flachschiebervergaser. 440. Mehrfach schon gehört, ja. Im Normalfall hat man einen Rundschiebervergaser. Es ist einfach nur ein Kolben. Ein kolbenförmiges Gebilde, was du dann, wenn du es über den Gaszug direkt betätigst, rauf und runter. Der hat eine Feder drin. Ja. Wenn du das wegnimmst, geht er wieder runter. Ganz automatisch. So einfach, ja. Das hat aber baulich und luftströmungsmäßig angeblich gegenüber einem Flachschiebervergaser, der also nur wie so ein Rolltor, sag ich mal, runterkommt. Hat das Nachteile oder beziehungsweise der Flachschiebervergaser hat Vorteile. Grundsätzlich Unterschied so von der Charakteristik ist so ein Gleichdruckvergaser, den wir eben hatten, der mit dem Scheunter. Ja. Der hat eine sehr angenehme Gasannahme, sehr smooth, auch wenn du Gas wegnimmst und so, das ist alles so ein bisschen schön. Okay. Aber es gibt ja Leute, die stehen drauf, wenn eine Karre sofort anspricht, ja, also auf jede kleinste Bewegung der Gashand und das kann auch durchaus mehr Spaß machen, je nachdem welcher Einsatzzweck, ja. Und das sind dann die Flachschiebervergaser. Also die reagieren ziemlich schnell. Was ja an dem Rennen dann definitiv sinnvoll ist. Wäre auch schnell wegkommt. Ja, da werden sie auch eingesetzt. Ja. Alles klar. Okay. Und wenn ich jetzt eben so einen Vergasermotor habe, jetzt mal unabhängig von welcher Vergaserbauart, wie regele ich jetzt zum Beispiel oder was passiert, es gibt ja so eine Leerlauf, so ein Schräubchen da dran, dass meine Leerlaufdrehzahl im Endeffekt so ist, wie es der Hersteller in seinem Bedienungshandbuch dann irgendwie schreibt. Was ist denn, wenn ich die bediene, was passiert denn da hinten drin? Da darfst du eins nicht verwechseln. mechanisch hast du bei vielen auch einfach einen Anschlag in der Vergasermechanik. Das heißt, zum Beispiel beim Gleichdruckvergaser. Wenn du jetzt so einen Vierzylinder hast mit vier Drosselklappen, die müssen natürlich alle synchron stehen, deswegen synchronisiert man Vergaser ja auch und diese Klappen dürfen ja nicht ganz zugehen. Dann stirbt der Motor ab? Stirbt der Motor ab, deswegen gibt es da einen Anschlag. Ah, okay. Und diesen Anschlag kannst du dann mit einer Schraube verdrehen. Und so regelst du da eigentlich die Leerlaufdrehzahlen. Was anderes ist wiederum das Leerlaufgemisch. Das stellst du dann wieder über eine Regulierschraube ein. Also wie fett oder mager, der im Leerlauf dann tatsächlich läuft. Da gibt es immer, Standard ist, vorsichtig, das sind ganz weiche Schrauben, ganz vorsichtig reindrehen, bis sie anliegt. Also nicht fest drehen, dann kannst du sie wahrscheinlich schon wegwerfen, bis sie anliegt. Und das ist in, heute steht es selten in Handbüchern, früher stand sowas immer drin, meistens ist eine Dreiviertelumdrehung wieder raus, oder maximal ein, ein Viertel. Das ist dann so die Grundeinstellung. Und dann kann man sich durch verdrehen wiederum der optimalen Geschichte annähern. Das würde hier glaube ich nicht mehr. Es war jetzt schon mega interessant und sehr ausführlich. Also ich glaube, auch für die, Du kannst auch sagen, quetsch nicht so viel. Nein, das ist überhaupt gar nicht richtig, weil ich das hochinteressant finde und ich weiß ja hier auch aus Beruf in dem Munde und ich weiß, dass da draußen auch immer eine ganze Menge Spezialisten sitzen, aber wenn da der ein oder andere auch dabei ist, der das so wie ich einfach mal erklärt haben möchte, dann ist genau das jetzt passiert. Sehr geil. Läuft. Im Gegensatz dazu dann eben die Einspritzanlage. Die ja in meinem Kopf und jetzt habe ich ein Motorrad, also oder zwei sogar, wenn ich das meiner Frau noch dazu zähle, jetzt stehen zwei Motorräder in der Garage, die eine Einspritzanlage haben. Was die im Gegensatz zum Vergaser braucht, ist aber Strom. Ein Vergaser im Normalfall tatsächlich ist rein mechanisch und funktioniert ohne Strom. Allerdings gibt es auch Motorräder, so ein Beispiel, Yamaha XV535. Meine Hawke kann ich auch schon, die haben Benzinpumpen. Bei der Virago, bei deiner... Viraltü, genau, danke. Ich wollte gerade, genau. Da liegt der Tank ja im Rahmendreieck. Das ist der Tank, selbst ist eine Attrappe. Und jetzt liegt der Tank unterhalb des Niveaus des Vergasers. Das muss gepumpt werden. Flüssigkeit fließt nicht nach oben. Nicht ohne Wind, genau. Also brauchst du deine Spritpumpe. Ja, alles klar. Aber im Gegensatz dazu, die Einspritzanlage ist eine, die eben Strom braucht. Für mich hört sich das immer, ich kenne das, wenn ich den Zündschlüssel logischerweise umdrehe, da fährt ja richtig was hoch im Hintergrund. Und da werden auch im Endeffekt ja Tests gefahren und wenn da auch im schlimmsten Fall mal irgendein Wert nicht stimmt, dann sagt die auch, du stopp mal, irgendwas haut dir nicht hin. Ja, schöne neue Welt, aber wenn ich jetzt so vorhätte, einmal um die Welt durch alle Wüsten, Gobis, die es gibt und so weiter, ich würde wohl dazu tendieren, ein Vergasermoped zu fahren. Weil den kannst du irgendwo im Hinterhof auch nochmal wieder, wenn man sich vor Augen führt, die neuen, also die modernen Einspritzanlagen, die wirklich mit kompletter Sensorik versägen sind. Was ist da? alles für Sensoren sind, ja. Können wir gleich einmal kurz durchgehen. Es kommt auch immer natürlich darauf an, wie ist dann die ECU gebaut, also die Zentrale. Welche Fehler verzeiht sie, wenn ein Sensor jetzt nicht das richtige liefert oder das gewünschte oder bringt die doch trotzdem noch an oder sagt sie, nö, ich verweichere den Dienst. Oder ist gleich wieder Notlauf oder bitte lassen Sie Ihr Fahrzeug von der Werkstatt abholen oder so. Das ist so was kurz mehr, ja. Allerdings, wenn so ein Ding funktioniert und gut, das liegt natürlich auch immer an der Qualität der Ingenieure und so eine Karre richtig gut abgestimmt ist, dann erfüllt sie nicht nur die Abgasnorm, sondern sie läuft auch richtig. Ja. Obwohl, sind wir wieder bei der Lambada-Sonde, die will ja, also die funktionieren nur in einem ganz bestimmten Bereich, das heißt, die funktioniert auch in einem anderen Bereich, aber sie ist ja für den Katalysator da, um zu gucken, das was an Abgasen jetzt hier durch den Krümmer kommt, verträgt der Katalysator das überhaupt? Entspricht es den Werten, die für den richtig sind? Und das ist eine bestimmte Zusammensetzung und das eben misst, also die misst eigentlich den Restsauerstoff im Abgas und daraus lässt sich dann ablesen, ob die Verbrennung von richtig funktioniert hat. Ja. Ah, okay. Und die funktioniert aber wirklich nur, also die ist auf Lambda-1 eingestellt und hat einen Toleranzbereich für den Kat, oder der Kat hat einen Toleranzbereich von 0,3 Prozent, äh, ne, 3 Prozent, Entschuldigung, ähm, das ist nicht viel, wenn du da mal richtig irgendwas im Mapping verstellst, ähm, dann kann die Lambda-Sonde wiederum helfen, wenn das zu heftig war, dass sie dem Steuergerät sagt, du, hier kommt viel zu fettes Gemisch raus, dass da wieder gegengeregelt wird. Das kann man immer drauf an, wer hat die gebaut, was ist die Sensoren und so weiter und so weiter. Aber wir reden ja hier so ein bisschen von Computertechnik, die dann da logischerweise drinsteckt. Der eine liest das aus übermittelt das an das Nächste und das muss am Ende richtig schön zusammenarbeiten, damit der Motor richtig läuft und die Karre richtig fährt. Ja, vor allen Dingen sind verschiedenste Sensoren für ein und denselben, also zum Zeitpunkt zum Beispiel, oder Einspritzzeitpunkt, Einspritzmenge, du hast ja beim Vergaser hast du eine statische Nummer. Der hat so eine Bedüsung, du hast deine Hand, da ist irgendwo die Luftöffnung, irgendwo kommt der Sprit und das ist einfach, ich sag mal, linear. Ja, das stimmt. So, aber wenn du hier zehn verschiedene Sensoren am Moped hast, an der Kurbelwelle, an der Nockenwelle, ja, Nockenwelle ist für den Einspritzzeitpunkt, an der Kurbelwelle, da wird letztendlich die Motordrehzahl schon mal abgenommen. Über die Nockenwellenstellung kann man aber eben auch sehen, im Gegensatz zum Vergasermotor, der ja immer Sprit kriegt, ob jetzt ein Zylinder gerade zündet oder nicht. Ja, der Takt ist ja ein Takt immer leer, kriegt trotzdem Sprit. Das kannst du mit der Einspritzanlage dann natürlich wunderbar regeln. Ein Zylinder, der jetzt gar nicht im Arbeitstakt ist, der kriegt auch kein Sprit. Was soll das? Ja, spart Sprit. Schubabschaltung, dieser ganze Klumpasch, der da noch dran hängt. Du hast Atmosphärendruckmesser. Weil Luft auf Höhe, auf Meereshöhe, jetzt also normalen Null, ist ganz anders zusammengesetzt, als die, wenn du im Gebirge bist. Und viele Leute wundern sich dann auf ihren hohen Alpenpässen. Meine Karre, die will nicht so richtig Dampf. Leuchtet ein. Man atmet ja selber, wenn man wandert, schon heftiger, unter Umständen. Und das macht die Karre natürlich auch. Und das merkt der Sensor auch. Ja. Passt entsprechend an. Ja, verstanden. Lufttemperatur wird natürlich auch gemessen. Weil, je nach Lufttemperatur, ist die sauerstoffhaltiger, beziehungsweise sehr sauerstoffhaltiger. Weil einfach die Moleküle, je wärmer, umso mehr dehnen sich aus, umso weniger passt in ein bestimmtes Volumen an Luft. Meistens, was heißt meistens, also am Ritzel ist dann meistens auch noch ein Sensor, um die Fahrzeuggeschwindigkeit zu ermitteln. Das kann auch über, sag ich mal, den Tachosensor mit erledigt werden. Und beim Ritzel muss man natürlich aufpassen, wenn man jetzt die Übersetzung ändert, das weiß der Sensor nicht. Leuchtet ein, ja. Da muss man gucken, kommt man überhaupt in die E2U selber rein? Oder, also meistens sind die ja vom Hersteller dicht gemacht. Und, ich will nochmal eben gucken, klar, wenn Motor kalt ist, du hast eben noch vom Schok gesprochen. Ja. Das haben die Mopeds heute ja gemacht. Richtig. Was auch wieder ein Vorteil ist, also ein Komfortvorteil. Finde ich Granaten geil. Richtig. Wie wird das gemacht? Ganz einfach. Kühlmitteltemperatur wird gemessen. Wenn das kalt ist, wird angefettet. Also, ersetzt den Schok. Ja. Und gleichzeitig aber auch, je mehr sich das dann wieder erhitzt, dann auch entsprechend wieder angepasst. Also ganz automatisch. Ja. Einen hätte ich mindestens noch. Bitte. Natürlich muss der Rechner auch wissen, was machst du mit deiner Hand? Ja, also die Drosselklammstellung. Wie weit ist das Scheuntor eigentlich auf? Und aus diesen ganzen Parametern, wenn das gut gemacht ist, wird eben errechnet, wie möglichst wenig Sprit, ein möglichst super Motorlauf. Also untenrum nicht stottern, oben nicht verhungern, was weiß ich. Und aber eben alles auch unter Einhaltung der Abgasnorm gemacht wird. Du kannst einen Motor, wenn du nicht auf die Abgase achten musst, kriegst du locker 5, 6, 7 Prozent mehr Leistung raus, wenn du es willst. Geht aber nicht, weil dann Schadstoffe wieder zunimmt. Kronenmonoxid, Kronenwasserstoffe gelaufen. Andersrum kannst du ihn auch deutlich magerer einstellen, um Benzin zu sparen. Du kannst ihn locker 20 Prozent magerer laufen. Okay. Nur dann hast du wieder andere Schadstoffe, die rauskommen plötzlich. Das sind dann, glaube ich, Stickoxide. Weil sie nicht richtig mit verbrennen. Wahrscheinlich. Boah, du, da passiert so viel. Ja, ja, ja. Wenn man mal einen kleinen chemischen Exkurs macht. Hochinteressant. Also ich habe das, glaube ich, hier auch schon mal erzählt. Ich habe, wie heißt jetzt der Herrscherner? Rightlink. Ich habe ja so einen, einerseits einen Schräglagensensor, den ich mal in der Maschine eingebaut hatte. Ich habe ihn jetzt gerade entfernt. Gleichzeitig war es ja auch so ein GPS-Tracker. Also das bedeutet, erstens mal kann ich meine Routen, die ich fahre, über dieses Ding aufzeichnen, im Nachgang auch angucken. Habe dann eben diese Schräglagenoptionen drauf und so weiter und so fort. Oder im schlimmsten Falle, wenn mir die Karre irgendwie geklaut wird, kann ich am Handy im Endeffekt auch nachgucken, wo ist sie jetzt gerade. Aber, und da möchte ich jetzt drauf hinaus, gibt es für dieses Teil auch, und das Wichtigste, mein Gott, hätte ich jetzt was vergessen, es ist ein Unfallmelder und darum geht es ja in allererster Linie. Das heißt, wenn dieses Ding tatsächlich feststellt, dass die Bewegung, die ich mit meinem Moped gerade mache, keine natürliche ist, dann auch einen Notruf absetzen kann. Also es ist eine SIM-Karte drin und so weiter. Also es ist eine coole Geschichte für Leute, die sich an dieser Stelle absichern wollen. Und jetzt schließt sich der Kreis. Für dieses Teil gibt es eben auch einen Verbindungsstecker zum Diagnosestecker des Fahrzeugs. Sowas gibt es als Adapter dann entsprechend zu kaufen. Und da kann ich nämlich dann über diese Handy-App, die es passend dafür gibt, auch genau solche Motordaten, also von ein paar hast du jetzt gesprochen, die kann ich nämlich dann auslesen. Was ich damit anfange, ist wieder die andere Nummer. Aber ich kann mehr oder weniger wie eine Werkstatt auch sagen, ach guck mal, hier hat er eine Fehlermeldung, da hat er dieses, da hat er jenes, hier hat irgendwie das Gemisch nicht gestimmt, keine Ahnung. Das ist schon irgendwie heutzutage, ja, auch für jeden entsprechend möglich. Also ist so ein OBD eigentlich mit drin. So ein Onboard-Diagnose. Irgendwie so. Ist in dem Teil mit eingebaut. Und der App. Und den Adapter brauchst du separat, damit er natürlich auf dieses Steckersystem der jeweiligen Maschine passt. Ja, was es alles gibt. Coole Sache. Also kann sich jeder so zum eigenen Mechaniker machen zu Hause. Coole Sache. Genau. Ja, also das war... Einen habe ich noch vergessen, mindestens einen vergessen. Ein Gangsensor ist auch oft noch. Wobei. Okay. Weil wenn Gänge unterschiedlich kurz oder lang übersetzt sind, kann auch da wieder irgendwas, irgendwelche Parameter können da immer noch versteht werden. Und ich kann dir nur empfehlen, fahr mal, wenn du in Bremen vorbeikommst, fahr mal zu Ulf Penner, wenn der gerade eine Karre auf dem Prüfstand hat, was der mit seinem Laptop da alles, in was der reingeht sieht und in welcher Geschwindigkeit ich stehe da vor und schnell gar nichts. Ich sehe da nur, ich muss dir vorstellen, wie eine riesen Excel-Tabelle, der gesamte Bildschirm voll mit bestimmt 300 Feldern oder sowas und die alle unterschiedlich eingefährt und da geht der durch wie andere Leute durchs Gemüsebeet. Also das ist... Du weißt genau, was passiert, wenn er hier was macht, was da passiert. Ich kann immer da so lange. Toll. Okay. Also ich glaube, das war jetzt mal das Wort zum Sonntag für Vergaser und Einspritzanlagen. Sehr cool. Fein. Ja, der nächste ist wieder so ein... Das ist dieses Warum fährst du Motorrad? Was macht das mit dir? Wir bekommen ja eben auch oftmals so die Themen hingeworfen und dann sagt unsere Redaktions oder auch die Kamerjungs, erzählen wir was drüber. Aber das sind ja nicht nur Dinge, die sich selber ausgedacht haben, was manchmal auch vorkommt, sondern das sind ja auch Sachen, die ihr wissen wolltet. Also Kommentare beziehungsweise Fragen in dem Falle von euch. Und hier ist es eben die Warum fährst du Motorrad? Was macht das mit dir? Ja. Ich komme jetzt nicht mit dem Freiheit. Ich wollte ihn gerade. Genau. Born to be wild irgendwie auf dem Ohr. Nein, also das... Ich kann für mich sagen, vielleicht muss man... Warum habe ich einen Motorradführerschein? Wir haben glaube ich auch schon mal... Bei dir weiß ich, du bist da reingewachsen. Ich ne. Und es ist dem Grunde nach ganz einfach. Als ich den Autoführerschein machen konnte, als es soweit war, hat mein Vater gesagt, mein Gott, guck mal, hier in Kombination ist auch nicht viel mehr, mach doch gleich den Motorradführerschein mit. Da bin ich vorher nie Roller gefahren, also Moped wäre es ja bei uns gewesen, Simson oder sonst irgendwas. Ich hatte nie großartigen Kontakt dazu. Meine beste Freundin hat so eine Simson gehabt, da sind wir vielleicht hier und da mal gefahren, aber das war es schon. Ich bin nie selbst gefahren, also auch nie schwarz gefahren oder sonst irgendwas. So, weil wir selber als Familie so ein Ding nicht hatten. Also, wie gesagt, nur die Aussage meines Vaters, macht euch ja gleich mit. Das ist auch nicht viel mehr und damals waren die Preise ja auch noch ein bisschen anders und dann kam es ja zu der wunderbaren Situation, dass ich auf dieser XV35 Vireite ja dann eben meine Fahrschule machen durfte und wenn ich mir heute überlege, Leck Gourmio, ich hatte etwas höhere Schuhe an, also nur damit die bisschen... Ach, deine Perms wieder? Nee, das nicht. Also höher meine ich über den Knöchel und nicht vom Boden weg höher. Achso. Eine Jeans, also eine normale Jeans, eine mir deutlich zu große Lederjacke von meinem Vater, braun, weiß ich heute noch und, naja, gut, den Helm, den hatte ich dann tatsächlich selbst, den habe ich mir extra dafür geholt und das war's. Handschuhe. Handschuhe. So, aber so durfte man damals aufs Motorrad steigen und das war für mich das erste Mal, das heißt, ich fuhr da hin, erste Fahrstunde, steht die Virago da, dann sind wir einmal um das Fahrzeug rumgegangen, herzlichen Glückwunsch, hier ist vorne, hier ist hinten, da ist oben, da ist unten und... Da ist schneller, da ist langsamer. Genau. Und fertig. So. Und dann ging das los und die Leidenschaft kam mit der Zeit. Es ist nicht so, dass ich großartig danach geschrien habe, Motorrad zu fahren und heute bin ich froh über diesen, ich möchte es jetzt nicht Zwang nennen, weil den hatte ich nicht wirklich, es war einfach nur eine Empfehlung, mach doch gleich mit und so bin ich zum Motorradfahren gekommen, hatte aber auch das Riesenglück, dass ich dann nach dem Führerschein auch direkt ein Motorrad zur Verfügung hatte, mit dem ich fahren konnte, also dass es keinen Leerlauf gab, dass ich auch direkt ins Üben und ins Machen kam und so hat sich das dann entsprechend entwickelt. Und was macht es dann mit mir? Damals war ich bestimmt noch, ich war oft allein unterwegs, weil im Kreis dann keiner irgendwie vielleicht so ein etwas größeres Motorrad hatte. Ich hatte eine Kawasaki, scheiße, wie ist die, ZL oder EL, jetzt komme ich nicht drauf, EL glaube ich, Eliminator, 600er, Kardanantrieb, typisch gelb, auch vielfach glaube ich Fahrschulfahrzeug dann später und dieses Ding war mein erstes Motorrad und das war echt cool. Das ist nicht die schlechteste Ausgangsbahn. Das ist richtig und mit der bin ich auch wirklich weit gefahren in die Alpen und sowas, das habe ich alles für mich gemacht und habe mich dann an dieses Thema so herangetastet und heute kann ich ganz einfach nur sagen, ich habe das ja auch hier mehrfach schon erwähnt, ich fahre sowieso sehr, sehr gerne alleine oder mit ausgewählter Gesellschaft. Die großen Gruppen brauche ich nicht und das genieße ich heute, dass ich eben für mich sein kann, unter meinem Helm, wenn ich es jetzt ganz einfach mal und das ist einfach nur geil. Luft genießen, ich habe jetzt übrigens meine Versicherung geändert, ich habe jetzt kein Saisonkennzeichen mehr, das heißt, es ist mir jetzt scheißegal. Ja, es ist so und das ist eben, vielleicht ist auch das noch ein Schritt, der das erklärt. Ich genieße es einfach auf dieser Karre abzuschalten, egal wo ich fahre, ob das ein bisschen Offroad ist, ob das auf der normalen Straße ist und ich schaue mich gern um. Ich fahre nicht nur Motorrad, des Motorradfahrens, Wegen und was weiß ich, die Power da zwischen den Beinen oder, 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 sondern ich gucke mir dann auch gerne was an. Also ich fahre auch irgendwo hin, um den Weg dahin zu genießen, das heißt, landschaftlich muss für mich da auch mal ein bisschen was passieren. Das ist das, was ich ziemlich cool finde. Ich habe da so in einigen Aspekten ähnliche Geschichten, aber ich muss zugeben, für mich war das das Erste, was mich fasziniert hat, war die Form der Beschleunigung. Ja, und sowohl die geradeaus als auch die Querbeschleunigung, dann in Kurven halt und in Verbindung mit Schräglage. Ja, und das geht mir immer noch so. Das ist einfach... Das bestätige ich auch. Ja, 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 ja. Dann die Agilität vom Fahrzeug selbst, ja, dass du damit eben tanzen kannst, dass du rumrockern kannst, das ist schon ein ganzes Stück weit anders als zum Beispiel mit dem Auto. Gut, das ist natürlich auch ein großer Nachteil eigentlich des Konstruktionsprinzips Motorrad gegenüber dem Auto, was so die Sicherheit angeht und Fahrbarkeit. Aber es macht eben auch eine Höllenlaune. Und jetzt der andere Part ist einfach, also ich, um Gottes Willen, ich fühle mich nicht freier, oder wenn ich auf dem Moped sitze, das ist für mich voll Jochen Buck, habe ich aber an anderer Stelle auch schon mal gesagt, ich bin auch ohne Moped frei. Aber es, ja, es macht was mit einem, es ist ein anderes Gefühl, wenn du, ich vergleiche es wieder mit dem Auto, da sitzt du in einem gummibereich Kasperbude, kannst du nochmal die Fenster aufmachen oder Schiebederrung oder Cabrio ist natürlich eine ganz besondere Angelegenheit. Aber du sitzt einfach draußen, du kriegst Gerüche mit, du kriegst den Wind mit und ich hasse es, in so einer Rüstung Moped zu fahren, weil ich habe Moped fahren angefangen, weil auch das eben dieses, dieses Wilde, dieses yeah und dann wirst du halt mal nass, meine Güte, ja und ich hasse es, so in der Vollrüstung mit, mit voll protektioniert, protektioniert finde ich großartig, ein geiles Wort und Helm dicht und so, da merkte ich dann irgendwann so, das hast du doch nicht so gewollt, das Doofe ist nur, ja klar, wenn du Kitty bist und knallst durch die Kieskohle oder sowas und legst dich aufs Maul, legst dich aufs Maul, dann hast du noch Gummistiefel angehabt, T-Shirt und so weiter, ja, da hast du mal einen Kratzer gehabt oder knöchelt hat man ein paar Tage weh oder so, das hat dich ja nicht weiter interessiert, aber im Straßenverkehr und dann auch mit zunehmendem Alter, ja klar, das lässt sich gar nicht vermeiden, eigentlich ist es scheiße, aber natürlich ist es gut, so ein Verantwortungsbewusstsein auf sich selbst gegenüber oder eben auch keinen Bock auf Krankenhaus und Schmerzen, ja natürlich, weil die Erfahrung muss sich auch mal machen und nicht zu knapp, aber trotzdem versuche ich, deswegen habe ich auch immer noch Jethelm und sowas, ich habe auch Integralhelm, wenn ich zum Beispiel in Wolofar oder so lange Strecken, dann ist Jethelm auch ein bisschen lästig, wenn es nur ums Kilometer machen geht, aber ansonsten freue ich am liebsten mit Jethelm und irgendeine kleine Brille und schön. Jedem, jedem das Seinor hat. Es geht sogar in Richtung, du kennst doch die alten Beatles-Filme, immer wenn die Jungs dann LSD sich reingepfiffen haben, dann haben die Regisseure da ja die buntesten Welten irgendwie entstehen lassen und was weiß ich. Wenn ich bei mir die Straße in die andere Richtung fahre, da sind nur noch ein paar Häuser und dann beginnen Felder, Felder, Felder. Und wenn da zum Beispiel alles mit Raps angebaut ist, da ist links Raps und der Blüte rechts auch und du gleitest durch diese Felder, dieses gelbe Gefühle, da kommen wir jedes Mal vor wie ein Beatles-Film. Achso, auch ein Farbenspiel, was du da hast. Ja, geil. Ich weiß exakt, was du meinst und deswegen sage ich, ich genieße auch die Natur drumherum und ich bin überhaupt kein, ehrlich gesagt, ich bin kein Garten und kein Blumenfreund. Aber wenn ich mit dem Motorrad an einem Rapsfeld oder was weiß ich, an irgendeinem Mohnfeld vorbeifahre, plötzlich ist das, wow, guck mal, wie schön das aussieht. Ansonsten geht mir es am Arsch vorbei. Das ist erstaunlich, wie das dann irgendwie so die Prioritäten verschiebt und was ich für mich sagen kann, weil ich eben nicht irgendwie im Fernsehen den einen oder anderen Motorradrennfahrer gesehen habe und gesagt habe, oh, das ist geil, das will ich auch machen oder Evil Knievel gesehen habe und gesagt habe, das will ich auch machen oder eben auch angefixt wurde, weil der Kumpel sowas fährt oder 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 ich sage ja, das hatte ich ja alles nicht. Kann ich zumindest sagen. Eigentlich so auch nicht. Kann ich aber zumindest sagen, weil ich eben, man muss ja dann wirklich sagen, mit 17 überhaupt erst das erste Mal auf so einem Ding dann wirklich saß. Ich bin hier und da schon mal mitgefahren aber das war es eben auch, dass ich mir meine Motorradleidenschaft in Anführungszeichen, ich nenne es jetzt mal so, selbst erarbeitet habe, mit jedem Mal fahren und deswegen genieße ich das heute wirklich maximal und deswegen bin ich aber an vielen Stellen auch so unglaublich leidenschaftslos. Worauf will ich hinaus? Das hatte ich mir hier nämlich auch nochmal mit aufgeschrieben. Wir hatten ja vor kurzem das Thema Lautstärke und Sound und da fiel mir dann auch wieder auf, als ich ein paar Kommentare durchgelesen habe, mein Gott, ja, da kommst du dann manchmal hier selbst im Podcast gar nicht drauf, weil irgendeiner schrieb, Klang hat ja nichts mit Lautstärke zu tun, sondern eben mit Sound und warum baue ich mir eine andere Auspuffanlage an? Na, vielleicht auch nur, weil sie gut aussieht und gar nicht, weil sie anders klingt, sondern einfach nur, weil die originale potthässlich ist. den Punkt hätten wir tatsächlich nicht erwähnt. Den hatten wir komplett vergessen, genau. Das habe ich mir nochmal rausgepickt, aber worauf will ich hinaus? Es geht mir ganz einfach darum, das sind zum Beispiel so Dinge, die sind mir vollkommen egal. Also, da kann ich, da verspüre ich keine Leidenschaft. Mir geht es ums Motorradfahren selbst, aber das liegt vielleicht auch daran, wie ich dazu gekommen bin. Aber ja, und es ist natürlich ein persönliches Ding. Das ist auch wieder so ein Armenwert. Finde ich cool. Sehr schön. Wir fahren einfach nur, weil wir Bock drauf haben. Was geil ist. Genau so ist es. Aktuelles Wunschbike. Ja. Hatten wir das nicht irgendwann schon mal geäußert? Ich weiß es ehrlich gesagt gar nicht mehr. Also, so rein vernünftig gedacht und realistisch gedacht, ist bei mir schon länger so, dass ich mir eine Penna W800 kaufen will. Also eine Kava. Kava W800, die aber zu Ulf bringen würde. Ah, okay. Weil serienmäßig hat die 48 PS. Ja, kann man mitfahren. Das ist ganz gemütlich. Aber so ein bisschen Dampf darf es schon haben und Ulf hat schon so viele Ws gemacht, auch die 650er. Da würde ich mir so ein Paket, dass sie so 80 hat. So, und dann, das reicht ja noch. Das ist völlig gut. Das gleiche Spielchen würde auch mit Royal Enfield 650 gehen. Da gibt es inzwischen von S&S, glaube ich, ein komplettes Kit auf 8,65 Kubik. Die hat dann ungefähr 70 PS. Also mehr Hochform dann, die wird auf... Ja. Wobei mich das wundert, eigentlich müsste da ein bisschen Ticken mehr gehen oder gut, wenn man sich Mühe gibt, geht es vielleicht auch. Und unvernünftig MV Augusta 800 über Veloce. Die hast du mal bei den geilsten Motorrädern irgendwann erwähnt. Das ist auch das Optik-Ding. Da wüsste ich nicht, ob ich sie nicht auch mit in die Wohnung, also das Haus nehmen würde. Definitiv würdest du das tun. Und für die 1K wären wir uns mal recht. Wenn dann die Motorräder eifersüchtig werden, das ist auch ein Titel für einen französischen Schwarz-Weiß-Film. Genau, wenn Motorräder eifersüchtig werden. Bei mir ist es tatsächlich so, dass ich kein konkretes Bike im Auge habe und da bin ich auch wieder bei einer gewissen Leidenschaftslosigkeit an dieser Stelle. Da ich aber dennoch sehr gerne vielleicht das ein oder andere mal ausprobieren möchte. Wir sprachen letztens über die EICMA und die Fahrzeuge, die da so präsentiert wurden. Unter anderem diese ganzen exotischen Enduros, die es da mittlerweile so gibt. Ob das Benelli ist und die anderen Hersteller, die wir da alle so genannt haben. Ich würde die gerne mal austesten. Also die im Gegensatz zu einer BMW GS oder meiner KTM einfach nur, weil es die so können, weil ich einfach nur neugierig bin, wie die fahren. Und nicht, weil ich sie unbedingt besitzen möchte, sondern ich möchte sie einfach nur mal fahren. Da wird sich doch, also wenn du gerne möchtest, da lässt sich doch bestimmt was einrichten, dass du da mal, das können wir bestimmt hin. Genau, aber das wäre so das Einzige, diese doch vielen Reiseenduros, die es mittlerweile auf dem Markt gibt, einfach mal auszutesten. Das ist mir auch aufgefallen. Reiseenduros, 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 das ist echt eine Schwämme. Und, das fiel mir am Wochenende jetzt auf, ich ging spazieren, das soll vorkommen. Also ich war echt an der frischen Luft und zwar zu Fuß und durch ein Naturschutzgebiet und dachte mir natürlich dann so, meine Fresse, ist das hier schön, da könnte man auch wunderbar mit dem Motorrad langfahren. Aber Achtung, Naturschutzgebiet und hier und da war natürlich dann auch so ein Schild und nein, bitte hier nicht mit motorisierten Fahrzeugen rein. Dann kam mir aber diese Idee und da bin ich wieder bei E-Bikes, also ich darf in dieses Naturschutzgebiet mit dem Fahrrad rein, ich darf aber nicht mit dem Motorrad rein. Was spricht denn, ich will jetzt hier keine Diskussion entfachen, ob das gut oder schlecht ist, aber was spricht denn gegen irgendwie so ein E-Crosser oder eben eine E-Enduro? Wäre das dann eigentlich erlaubt? Das ist die Frage, warum ist das Naturschutzgebiet? Muss auch Karl der Käfer geschützt werden und wenn du jetzt mit deinem breiten Enduro-Schleppen kommst. Ja, wenn ich mich auf den Wegen bewege, wo auch der Fahrradfahrer fährt, die mittlerweile auch teilweise solche Reifen haben, also egal, aber die Idee fand ich charmant und dachte mir, man hört mich nicht. Ja, klär die Frage doch mal. Die klär ich mal, aber das war noch so charmant, dass ich mir dachte, vielleicht muss ja doch irgendwann mal, jetzt nicht gleich, aber genau für solche Strecken, wo mich der Förster nicht hören soll. Das ist irgendwann, ich glaube so ein nach unten geneigtes grünes Dreieck, hat das Schutzgebiet? Ja, ja. Und darunter dann das E-Motorrad-Paradies. Und das ist die Eule, diese Eule, das Symbolbild für ein Naturschutzgebiet mit einem Helm drauf. Das wäre cool. Ja. okay, haben wir das auch. So. Ja. Jetzt waren wir ja in der letzten Folge mit unserem Alphabet am Ende und dann haben uns die Jungs herzlichen Dank, ich wollte gestern Abend eigentlich früh ins Bett, aber Umlaute. Ja. Fachbegriffe mit Äh. Wollte ich nur sagen, Äh. Und ich wollte nichts, was mit Ätzend zu tun hat. Ethylien schreibt sich schon ganz lange E. Ich hab da echt gesucht und ich hab da eine ganz andere Sache gefunden. Oh. Jetzt bin ich gespannt. Soll ich einfach? Ja, bitte. Gut. weil es gehört auch zum Vokabular des Motorradfahrers und da ist dieser Buchstabe Äh je nach Länge und so weiter und Tonalität sehr unterschiedlich zu bewerten. Also wenn ein Motorrad nicht anspringt, erfolgt vom Fahrer ein kurzes Äh. Ja. Und wenn ein Motorrad oder dessen Technik etwas gänzlich unerwartet ist, kommt ein Fragendes Äh? Ja, hast du einen Unterschied? Habe ich absolut. Nach Verkündung der Werkstattrechnung ein fast hysterisches Äh? Wenn ein Hund ans Bike pinkelt, hört man ein kräftiges angewidertes Äh? Mhm. Auf die Frage nach dem nächsten TÜV hört man ein überlegendes Mitteltonis Äh. Nachdem das Bike aufgrund eines Defektes eine Anhöhe hochgeschoben werden musste, erfolgt ein mitleidheischendes sich wiederholendes Äh. 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 Ähm. Ob man auch ein Bike der Marke XY fahren würde, und ein kurzes empöhrtes Äh lässt sich unendlich fortführen. Großartig. Sollte es noch nicht zu lang. Ja, gefällt mir gut. Ähm. Ja. Ich hab tatsächlich einen Begriff gefunden, und das ist der sogenannte Äquatorialstripe. Das sag ich auch immer. Genau. Und zwar findet man das äh, gerade an zum Beispiel Harley Davidson, die einen sehr, sehr großen Tank haben, also so eine Roadking, ähm, eine Heritage, äh, Fatboy. und die haben ja sowieso schon sehr, sehr häufig, sehr, sehr aufwendig lackierte Tanks. Und jetzt gibt es, ähm, vielleicht der ein oder andere da draußen auch schon mal gesehen, so wirkliche Spezialisten, Lackierer, die dann einen ganz, ganz feinen Strich, nenne ich es jetzt ganz einfach mal, ähm, ähm, auch freihändig, wenn es Streifen, ja, genau, äh, über so einen Tank ziehen. Und wenn die das so machen, also von, von der Positionierung dieses Streifens, dass dieser, dieser Streifen, diese Linie, dann diesen Tank, auch wenn der natürlich überhaupt nicht, nicht symmetrisch ist, äh, und diese Tropfenform hat, in zwei exakte Hälften teilt, dann nennt man das in Fachkreisen tatsächlich, ähm, diesen Äquatorial-Stripe. Ich bin beeindruckt. Ähm. Nie was von gehört. Zu Recht, habe ich mir komplett ausgedacht. Na dann. Gut. Alles klar. Äh, ich habe mit A auch überhaupt nichts gefunden. Wissen Notmachterfinder. genau so ist es. Dann, ähm, na, hast du noch was auf dem Herzen? Nee, ich überlege gerade, es ist Freitag, ähm, ist es Zeit für Glühwein oder sowas? Ist es Weihnachten? Trinkst du nicht? Nee, muss ich sofort übergeben, ich es nur rieche. Ah, ich wollte nämlich hier noch so ein Entweder-Oder-Ding reinpacken. Also Glühwein oder Kinderpunsch, wollte ich dich fragen. heißen Kakao. Mit Schuss oder ohne? Nee, ohne. Ohne. Und zu essen auf dem Weihnachtsmarkt? Ich gehe nicht auf Weihnachtsmarkt. Du gehst nicht auf Weihnachtsmarkt? Und du isst ja auch so selten, haben wir auch schon festgestellt. Gut, ähm, dann haben wir das Thema auch abgehakt. Äh, für euch da draußen, es ist die Vorweihnachtszeit, ab auf die Weihnachtsmärkte, habt viel Spaß und fahrt da auch gerne mit dem Motorrad logischerweise hin. Dann nur Kinderpunsch. Und ansonsten, ihr seid erwachsen, ihr wisst, was ihr zu tun habt. Viel Spaß. Jo, ich gehe nicht auf den Weihnachtsmarkt, aber ist auch nicht schlimm. Tschüss. Viel Spaß. Tschüss. The seven wonders of the world I've seen And many other places I have been Take my advice, folks And see Beard Street first If Beard Street could talk If Beard Street could talk Marry them when I